Dann gibt es eine Änderung bei Twitter. Sie haben intensiv nachgedacht und haben sich gedacht, die Leute haben Probleme mit Twitter. Da sind Idioten, da sind Nazis, da gibt es irgendwie Leute möchten editieren, Leute möchten Berichtigungen für fehlerhafte Tweets veröffentlichen. Das ist alles nicht möglich, aber sie haben intensiv nachgedacht und sie haben jetzt für manche User 280 Zeichen statt 140 Zeichen rausgeschoben. Die Firma, die weiß auch nicht, was sie macht, oder? Es ist ein bisschen schade, weil das so das soziale Netzwerk ist, was es mir am meisten gibt und was, glaube ich, einen hohen Stellenwert hat, auch in der ganzen Newsbranche, was sich aber irgendwie ganz schwer irgendwie vermarkten lässt. Und die Schritte, die, also ich meine, vielleicht muss man es nicht, man kennt die internen Abläufe nicht, vielleicht muss man es nicht so hochhängen, dass, also vielleicht war das jetzt irgendwie nicht eine Entscheidung, die Monate gedauert, wahrscheinlich war es jetzt das, aber eigentlich schon. Ich würde mir halt wünschen, dass sie sich über andere Dinge mehr Gedanken machen. Also Finanzierung wäre zum Beispiel eine durchaus interessante, also, weil dieser Dienst muss definitiv erhalten bleiben. Das ist ein guter Dienst. Aber sie müssen halt aufräumen und sie müssen halt irgendwie ihn besser profitabel machen. Und 280 Zeichen wird es jetzt irgendwie nicht richten, aber es ist eine interessante Weiterentwicklung, es ist zumindest eine Weiterentwicklung, wo du sagst irgendwie so, sie gehen, dass, sie trauen sich, also wenn man es positiv sehen will, ja, sehr optimistisch, dann sagt man, sie trauen sich, das Urprodukt anzufassen. Also diese eine Konstante, die seit Beginn da war, diese 140 Zeichen. Und wenn du sagst irgendwie so, wenn eine Firma bereit ist, halt irgendwie so, das Grunddesign seines Services irgendwie anzufassen und zu verändern, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, dass sie das nicht als heilig erachten, ist vielleicht ein positives Zeichen. Also, bei Twitter, dass der Service eigentlich vom ersten Moment an fast fertig war. Es gab ja nichts zu ändern. Ja, also, das ist vielleicht so das Problem. Du setzt da 4000 Mitarbeiter hin und sagst, mach mal. Na gut. Und sie überlegen dir ganz, was können wir ändern? Es ist perfekt. Ja, also, so wie die Apple-TV-Fernbedienung, die erste. So, sie ist perfekt, was sollen wir ändern? Mach einen weißen Ring drauf, so. Ja, also, vergleiche zur perfekten Apple-TV-Fernbedienung. Mit Vorsicht gebrauchen. Sie haben sogar, wenn du jetzt eine Apple-TV-4. Generation kaufst, dann legen sie auch diese neue Fernbedienung bei. Ja. Aber Twitter mit etwas längeren Tweets, das verliert dadurch, das sieht man jetzt auch nach wenigen Tagen schon, wenn du auf solche Tweets triffst, das verliert dadurch sofort diese, dass sie so skimmbar sind, dass du so drüber scrollst und sie mit einem Blick irgendwie erfassen kannst. Ja, also, ich meine, das führt dazu, dass ich, davon ich lese, der Effekt, also, es ist wirklich lustig, weil man die tatsächlich sofort als extrem störend in der Timeline wahrnimmt und von mir erfolgt werden und fertig. Also, es steht auch meistens, besteht da besonders viel uninteressantes Zeug in diesen 280-Zeichen. Tatsächlich, also, das läuft, ja, es läuft, also, ich meine, natürlich ist die Kürze von Twitter, die Zeichenbegrenzung aus einem Zwang herausgeboren, der natürlich seit Ewigkeit nicht mehr besteht, das ist schon klar. Aber ... Ich darf dazu sagen, das kommt von der SMS, weil Twitter war zuerst ein SMS-Service und da haben sie halt gesagt, okay, SMS haben 160 Zeichen, wir brauchen vorne noch Platz für einen Usernamen, 140. Ja, so, das war die Idee. Ja, und das war ja damals durchaus sinnvoll, aber das Lustige ist ja, dass diese, ja, gezwungen eingeführte Begrenzung, die sie halt machen mussten, dass die natürlich der eigentliche Clou von war und ist. Und klar kann man das verlängern und es gibt sicher Anlässe und Gelegenheiten und ich meine, wir sehen ja jetzt auch mit den Tweetstorms und dem ganzen Krempel, wie Leute halt, und was es über die Jahre halt sonst gab, irgendwelche Tweetlonger und Krempel halt, wo du halt einen Link anklicken musst und irgendwie drei Zeichen mehr halt einer schreiben wollte. Das ist natürlich auch, ist natürlich alles auch Quatsch. Also ich meine, die Tweetstorms haben sich ja erstaunlich durchgesetzt. Also die laufen mir regelmäßig über den Weg und die funktionieren auch in einem gewissen Sinne ganz relativ gut, weil die sind natürlich einfach viele Häppchen hintereinander gefügt. Und wenn das thematisch interessant ist, dann liest sich das ja auch relativ schnell weg und hat durchaus seinen eigenen Mehrwert. Also ich finde das eine bessere Lösung für die Problematik, du hast zu wenig Platz, um das loszuwerden, was du da loswerden möchtest, als jetzt diese 280 Zeichen. Auf der anderen Seite, ich meine, dadurch geht Twitter auch nicht unter. Also das ist eigentlich egal. Also für mich ist, ich habe diese 280 Zeichen Kiste einfach mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen und gemerkt, dass sich diese, das auffällige lange Tweets in meiner Timeline erscheinen, die ich nicht lese. So, das ist das Ergebnis bei mir. Aber ein Grund ist ja, warum du sie, oder ich schätze mal, also das ist auch zumindest mein Grund, warum ich irgendwie darüber weggehe, ist, weil halt diese Kürze, die führt, oder diese Zeichenbeschränkung führt halt dazu, dass du nachdenkst darüber, was du schreibst und was du schreiben kannst und was du schreiben willst und so weiter. Und man sollte es zumindest meinen, ja. Naja, am besten Fall. Ich nehme ja immer das Gute im Menschen an und so. Ja, ja. Ne, aber also, wenn, also, das hat ja was Positives, wenn du, wenn du halt irgendwie, wenn zumindest die Chance besteht, dass du reflektierst und das nochmal umformulierst oder besser formulierst oder prägnanter auf den Punkt bringen kannst und so weiter. Ich wünschte mir manche Blocks halt, die mit einer Zeichenbegrenzung, aber, äh, nee, aber ernsthaft, also ich glaube, das ist halt schon, ähm, das ist halt schon was, was die groß gemacht hat, dass Leute da, dass da fähige Leute auch nach oben gespült wurden, ähm, mit Öffentlichkeit, äh, bedacht wurden, die halt es schaffen, auch komplexe Dinge in kurzen Zeichen, also mit 140 Zeichen zu erklären. Wir schauen uns mal hier einen Account an. Ja, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nur zu was Gutem verwendet wurde, diese Zeichenbegrenzung, also, also, diese Abkürzung macht natürlich, man kann natürlich auch viel Rohr hinten runterfallen lassen, das war halt ein sehr markantes Merkmal von diesem Service. Ja, aber dann haben auch Leute diesen, diesen ersten 280 Zeichen-Tweet vom, vom Chef irgendwie genommen und mit rot markiert, was man da editieren könnte, um ihn auf 140 zu bringen. Ja, das wäre so, das war so großartig, muss ich sagen, und er hat, glaube ich, einen von denen irgendwie retweetet und hat gesagt, stimmt eigentlich. Hut ab, muss ich sagen, Hut ab. Also, ich meine, viel ist halt bei Twitter wirklich aus der Community raus erstanden, ne, ganze Hashtag-Geschichte und, 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 ähm, meine Güte, also mit Locations und was wir nicht alles hatten und, ähm, vielleicht müssen wir, muss man da echt ein bisschen mehr auf die Leute hören, weil, also, das über, also, das war zumindest mein dominantes Feedback, war halt irgendwie so, ja, okay, das kümmert uns jetzt wenig mit den 28 Zeichen, aber widmet mal euch eurem Problem, so. Und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht passiert das ja hinter der Bühne, das ist ja immer sehr schwer einzublicken, wie viel, aber, äh, das scheint, scheint ja wirklich nicht gelöst zu sein, also, weil, man kriegt ja immer noch, äh, sehr viel mit, was irgendwie, wo Accounts gemeldet wurden, äh, die, die ja nicht irgendwie gegen die Richtlinien verstoßen und dann irgendwie existieren dürfen und so weiter, also, daher, ja, meine, meine größtes Bedenken ist, dass dieses, dass dieser Dienst halt irgendwie, ähm, äh, sich nicht finanzieren kann und, ähm, und, ähm, und, dass wir irgendwie, äh, die Horrorversion wäre halt irgendwie, wenn wir, äh, wenn wir dann irgendwie in fünf Jahren irgendwie alle auf Facebook und WhatsApp irgendwie sein müssten. Also, das, äh, das, das, das wäre auch nicht gut. Daher, das ist schon ein wichtiger Dienst, dass der erhalten bleibt. Naja, es ist ja schon soweit, ja, außerhalb von der Blase ist doch, ist doch Facebook und WhatsApp schon alles, was zählt. Ja, aber die, ja, weiß nicht, aber die Blase ist halt schon, die, die Blase, also, ich glaub, Twitter hat schon sammelt so einiges der, der interessantesten Leute, so versammelt so eine der, 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 der interessantesten Leute, die sowas beizusteuern haben, weil, das kannst du nicht aus Facebook filtern, das ist einfach nicht möglich, glaub ich. Die, ja, aber ich meine, wenn halt die ganzen intelligenten Leute, die was zu sagen haben, auf Twitter rumlaufen, was bleibt für Facebook? Ja, ist schwierig. Es gibt ja mal so ein paar Leute, die das versuchen, dann ihr Zeug auf Facebook zu migrieren oder so, oder Blogs dahin verschoben haben und so weiter, aber das ist halt so, das geht halt komplett unter und, und, äh, ich sehe das, ja, das ist eine, eine der größten Bedenken, dass ich hab, dass diese Algorithmen, die dann halt da greifen und die, die Timeline konstruieren, ähm, dass die halt, äh, dass die halt auch mehr, mehr zur Filterbubble werden und halt irgendwie analysieren, ah, der mag den Tweet und dann geben wir immer mehr von dem, von dem, von dem seichten Kontext, Kontext. Ja, aber auch die offizielle Twitter-App ist ja eine Katastrophe, ja, also was die da, das kann ich, kann ich keine fünf Sekunden anschauen, weil ich, ich sehe nicht alles, was dann, was ich, also ich, ich verpasse, ich würde viele Sachen verpassen, wenn ich die offizielle Twitter-App benutzen würde, ja, und ich glaube, dieses, dieses, ähm, andererseits braucht man das scheinbar, um Erfolg zu haben, ja, Facebook filtert deinen Feed, Instagram filtert deinen Feed, wieso filtert WhatsApp nicht deinen Feed und zeigt dir nur noch die Textnachrichten, die dich interessieren, ja, und irgendwie die, 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 die Messages von, weiß nicht, von der, von der Schwiegermutter, die kommen gar nicht erst an. Naja, also, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen so mit Instagram sind, aber, ähm, ich muss sagen, also, äh, bislang, also, Jahresanfang und so weiter, da hat mir das mit dem Algorithmus, der ja irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wann der gekommen ist, letztes Jahr, glaube ich, ja, dass der irgendwie die, 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 die Zeitstrahl irgendwie schaffelt für dich. Ähm, ähm, da das funktioniert für mich und, und zwar irgendwie, ich hab nicht gemerkt, dass das irgendwie, äh, jetzt nicht irgendwie der Reihenfolge mehr nachgeht, sondern kamen interessante Bilder und so weiter, der ist im Moment für mich irgendwie kaputt, dieser Algorithmus, ähm, und er macht, äh, Instagram-Bilderschauen extrem unattraktiv, weil ich von Leuten halt Bilder reingedrückt bekomme, die, wo ich ein Bild irgendwie ertrage, mal irgendwie so pro Tag, und, 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 und der Algorithmus meint irgendwie, mir Zehen reinballern zu müssen. Ja, aber Reihenfolge hat ja auch wichtige Informationen, wenn du jetzt zum Beispiel die Wiesenfotos von Basti nimmst, ja, genau. Es ist sehr entscheidend, welches vor dem anderen kann, sonst macht alles keinen Sinn. Exakt, exakt. Ja, ja, exakt. Es wird, also, bei denen macht alles in jeder Reihenfolge Sinn, glaube ich, aber, aber ich gebe dir natürlich recht, äh, dass, ähm, dass das ein Problem ist. Das ist ein, äh, ein Basisproblem natürlich, das, äh, das nicht chronologischen Feeds, äh, dass da Sachen durcheinandergewürfelt werden. Und Strava hat ja dasselbe, selbe Diskussion und selbe Kiste, dass da halt Sachen natürlich, und das ist, bei Strava ist das halt auch einfach auch so spezifisch auffällig, ja. Also ich meine zum Beispiel, wenn Leute einen Triathlon, äh, absolvieren und drei, und, und diese drei Sport, also die, die drei Einheiten als einzelne Aktivität einspeisen, dann hast du die halt unter Umständen halt völlig verwürfelt und halt nicht zusammenhängend, ja. Also es ergibt, er gibt quasi keinen Sinn mehr, dass du da irgendwie einen Triathlon gemacht hast, sondern die waren irgendwann mal vielleicht schwimmen und dann plötzlich irgendwann im Feed viel später oder so, wann sie dann plötzlich Fahrrad fahren. Also es ist halt alles natürlich, ähm, in dem Kontext, in dem Kontext dann plötzlich wird's dann halt schwierig, wenn, wenn Sachen natürlich, wenn die chronologisch sein müssen, um sinnvoll, ähm, sinnvoll zu sein bei Fotos. Natürlich auch, wenn Fotos in Abfolge hast, ähm, ist das natürlich auch essentiell. Auf der anderen Seite sind das natürlich alles auch wieder spezialisierte Anwendungsfälle, also, ähm, da, ich, ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kann bei, bei Twitter kann ich's auch nach wie vor nicht ausstehen, wenn eine App versucht, mir da, ähm, das Zeug in irgendeiner Form so zurecht zu würfeln, wie es für mich angeblich interessant sein soll. Ähm, bei Facebook ist es mir sowieso egal, was mir Facebook vorsetzt. Insofern, ja, also das ist, ist wurscht. Und, äh, bei Instagram hab ich auch kein so großes Problem, äh, damit. Ich hab auch nicht das Problem, dass Alex hat jetzt grad, also bei mir, ähm, Instagram sortiert die so, wie Instagram die sortieren will. Und dann, ähm, und ich nehme das so zur Kenntnis und, ähm, bin da noch, für mich jetzt noch mal keine größeren Probleme in der Hinsicht gestolpert. Ich meine, oft, oft spielt ja natürlich auch eine Rolle, ähm, wie oft man halt die jeweilige App oder den jeweiligen Dienst halt benutzt. Weil wenn du natürlich, ähm, etwas sehr lange oder, also sprich halt vielleicht für mehrere Tage halt nicht öffnest, dann hast du halt natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn du zum Beispiel jetzt Instagram alle zwei Stunden öffnest. Ja, also du hast natürlich, du kannst, du kannst praktisch den, den nicht chronologischen Feed chronologisch machen, indem du die App oft genug öffnest, blöd gesagt. Ähm, was natürlich, ja, auch nicht ganz im Sinne des Erfinders ist, aber. Also wenn ich, wenn ich sehe zum Beispiel, ich, ich folge auf, ich benutze Instagram ja falsch offensichtlich. Ich folge sehr wenig Leuten und ich poste auch sehr selten selbst und, ähm, das heißt, Instagram schickt mir ab und zu mal eine Push-Message und da steht drin, irgendwie, der und der und der haben neulich wieder mal was gepostet. Mach ich auf und dann sind das Posts, die ich schon gesehen hab von denen, ja? Dann denk ich mir, ja, wieso schreibst du mir jetzt, du weißt doch, dass ich die schon gesehen hab. Ja, geh weg, ich, 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 mach dich länger nicht mehr auf. Das ist irgendwie auch nicht, nicht so gut. Überhaupt so, äh, da gibt's ein paar neue, neue, fiese Taktiken von Apps, wenn du sie verlässt, ohne den Kauf getätigt zu haben oder sowas, schicken sie dann nach zehn Minuten eine Push-Message und schreiben, mach mal fertig, hier, dein, dein Warenkorb ist voll gut und so. Ja, oder manchmal auch Mails. Smutziges Pack. Also, ja, das ist so, das kann man, glaub ich, in so, ähm, das gibt's zu kaufen, so, 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 so Pakete, die irgendwie tracken halt, wo weit, wie weit du in den Einkaufswagen gekommen bist und dann gibt's halt mehr Bestätigung. Selbst Amazon macht das inzwischen und sagt dir, hier im Einkaufswagen liegt noch irgendwas, was du noch nicht gekauft hast, das kannst du doch ändern hier. Äh, ich frag mich halt, ob das funktioniert, also, ist das tatsächlich so, dass Leute vergessen, dass die da was im Einkaufswagen haben und sagen, oh ja, super, das musst du jetzt gleich kaufen, weil diese Nachricht kam. Also, es muss ja, äh, also ich, bei solchen Sachen setze ich zumindest immer voraus, dass es funktioniert, aber vielleicht ist das gar nicht der Fall, weil, ähm, vielleicht ist nur der Irrglaube da, dass, dass du Leute dazu pushen kannst, äh, diesen, diesen, äh, Kauf zu tätigen, indem du die dann nochmal penetrant drauf hinweist oder fünfmal penetrant drauf hinweist. Also, wenn das halt, wenn das halt, dass der Versuch dann irgendwie zeigt, die Daten zeigen, du kannst davon nochmal drei Prozent der verlassenen Warenkörbe irgendwie zum Umsatz bringen, ähm, beachtest du halt nicht, dass du 97 Prozent der Leute damit ärgerst? Ja, ja, natürlich, ich meine, die Verärgerung, die, ähm, lässt sich dann immer schwer messen hinterher, während sich natürlich diese drei Prozent leicht messen lassen und damit hast du vielleicht was, was, was tatsächlich dann längerfristig ein Problem ist, weil, ich meine, Amazon wird das sicher alles sehr genau erfassen, was da passiert. ifizierend auf diese, auf diese, äh, Aufforderung hin, ähm, oder beim, beim Pizza bestellen, du, so, du schaust so, was gibt es, was gibt es irgendwie an Pizza, dann bestellst du es nicht, weil der Laden zu hat, ja, und dann schreibt dir das Ding, hey, willst du nicht, nein, will ich nicht, weil ich krieg sie ja nicht mal. Ah, naja, gut. Ja. Schauen wir mal, was, ob Twitter das noch irgendwann, äh, in diesem Jahrzehnt auf die Reihe bekommt, ich glaub's ja nicht. Schauen wir mal, ähm. Vielen Dank.